Hallo ihr Männebärchen! Oh, haio! Und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Uri in The Blind Forest! So, wir sind hier immer noch in diesem Nebelforest. Und ich habe ehrlich gesagt gerade keine richtige Ahnung, wo wir da hin müssen. Ah! Anscheinend war das richtig. Ohohoho! Oh, wow! Ah, Gott! Oh! Anscheinend können wir hier irgendwo eine Tür aufmachen. Das ist ja schön. Oh! Äh... Das... Was? Das war gerade noch nicht da, oder? Nein. What the fuck? Was war das denn gerade? Oh! Oh! Ok, ok, ok. Äh... Gut, ein Leben. Dann speichern wir schnell. Die Verbindung bereit. Sehr schön. Ernetze ich jetzt nochmal was? Klingt ganz so. Die Verbindung ist ein Leben. Äh. Ähm. Oh. Ähm. hier ging sie so also verloren okay können wir damit uns den weg anschauen oder wie klingt natürlich können wir da nicht hoch warum denn auch wie sind wir denn da ja alles klar warum dann auch nicht jobs und jetzt können wir da runter nein aber wir können da weiter natürlich okay erst mal speichern oh mein gott okay das ist doch irgendwie auch schon viel versprechen da hier denke ich doch da ist eins ja lasst mich ja okay no leave me alone leave me alone okay speichern oh mein gott oh mein gott ouch 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 gut und ah da war ja was oh 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 das war schnell oh himmel hallo oh so speichern nein ich mag dich nicht so sehr schön der ist weg oh nein 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 man sieht ja so viel yes oh 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 Ah! Yo, was ist das los mit euch? Ja, natürlich. Oh, 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 oh! Oh, Himmel, Himmel. Reicht dann auch, danke. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Okay, der Entfang war schon mal... Ah, okay. Gut, dann nicht. Oh, oh, oh! Sehr schön. Warte, du komische Affe. Das wollen wir auch noch. Darf ich? Darf ich? Danke. Und schups! Schups! Okay, einen haben wir. Ahahahahaha, da sind zu viele. Okay, wir speichern dann nächstes Mal. Gut. Jetzt der Affe. Oh, ich kann nicht speichern. Jetzt kann ich speichern. Oh, interessant. Komm. Dankeschön. Oh, das sollte ich vielleicht mir auch noch freuen. Oh, hohohoho. Oh, oh mein Gott. Okay, dann sprechen wir hier oben nochmal, dann haben wir nochmal nämlich volles Leben. Na, da können wir nicht hoch, okay. Äh... Ohohohoho, oh Gott. Nein, nach ganz oben will ich auch nicht. So, so, hups. Und oben bin ich, ey, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann hier einfach stehen. Ah, doch nicht. Äh... Das ist schwieriger als erwartest. Äh... Halt! Äh... Oh, ein Baum. Ja. Okay. Und, hups. Yay. Du hast das Klettern erlernt. Okay. Wenn du einen Moment bist... Konnte ich das nicht so auch schon? Oh, bleibe ich da etwa? Ah... Dann rutsche ich nicht mehr runter. Alles klar. Gut. Oh... Oh... Nicht schon wieder so ein Nebeltor. Das gibt's doch nicht. Oh! Will die mich verarschen? ... oplank... Eht... ... ... ... ... Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Äh, okay. Gott, ist das ekelhaft, ey. Oh, no. Oh, no. Ah, falsche Taste hin. Oh, hallo. Oh. Hä? Weit so weit weg? Hä? Was? What the fuck? Hä? Was? Okay. Nein! Nicht mal zu langsam. Okay, irgendwie muss ich da schneller machen. Au. Gut, jetzt wollte ich eigentlich da vorne speichern, aber... Oh. 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 Ist ja cool. Ah. Nein! Pff. Okay. Okay. Dann anders. So, jetzt kann ich da aber speichern. Das ist immer einiges Praxisfall, denke ich doch mal. So. Speichern. Ah! Hallo? 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 Was soll das denn bitte hier? Hm. Sehr interessant. Alles klar. Hm. Gut. Dann speichern wir eben hier. Das ist mir ja jetzt auch relativ humpe. Oh. Sie wollen mich echt verarschen. Hallo? Was ist das denn bitte? Oh. Okay. Wenn ich springe, öffnen die sich. Aber wenn ich nochmal springe, schließen sie sich wieder. No. Hm. Interessant. Ah. Okay. Ahahaha. Was? Nein! So. Aha. Nein, 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 nein Nein, du willst mich doch verkackeiern. Okay. Ruhig. Auf damit, du dummes Ding. Und das bleibt jetzt immer da? Was? Oh, das ist jetzt auch noch mehr Zeit. Ach, ist das schön. Oh nein, ich habe das Speichern vergessen. Okay. Kein Problem. Au. Au. Oh, ist echt lustig. Nein, nein, nein. Gut. Ach, ich hasse Dornen. Wird das schon mal erwähnt? Es ist ja fast so grässlich wie dieses eine Mal, wo ich überhaupt nicht weiterkam bei dieser dummen, steilen Wand. Äh, steilen Wand meine ich. Jo. Hallo? Komme ich hier denn auch weiter? Ah. Interessant. Und jetzt einfach wieder zurück? Oder was? Warum glaube ich, dass ich jetzt wieder nach da hinten muss? Ah, no. Autsch. Jetzt sagt nicht, dass ich das wieder neu holen muss. Das gibt's doch nicht. Ohoho. Ah. Speichern. Ah. Okay. Interessant. Wo muss ich lang? Äh. Nee. Hm. Ah. Pff. Zu spät losgelassen. Zu früh meine ich. Oh. Da muss ich lang. Äh. Hm? Kann ich. Sterbe ich da drin? Ah. Ja, klar. Warum denn auch nicht? Das ist... Das ist... Das... Das... Das macht irgendwie ja... Ohohoho. Pff. Komplett Sinn. Und so. Was? Hey. Was? Wie? Das ist doch... Oh, ich habe eine Idee. Ja! Yes! Okay. Obwohl jetzt irgendwie was wieder passiert. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie ist es? Ähm. Los, hoch mit dir. Ah, okay. Da war ich zu schnell. No! Oh! Das ist ja... Hä? Irgendwie ja voll Hammer. Oh mein Gott. Hm. Speichern. Äh, Jobs. Ow. Ooh, no it. Ow. Ah! Ooh. Oh my Gott. Wie cool! Alles klar! Wir speichern hier jetzt aber erstmal. Und ich habe heute nicht gerade sehr viel gesagt. Es tut mir leid. Aber das war echt viel. Und wir sind auch recht weit gekommen, denke ich. Obwohl wir hier ja nichts sehen können. Aber das ist doch echt schon cool. Dieser Nebelforest. Mal schauen, was wir nächstes Mal erleben. Und ja. Ihr hört das eventuell an meiner Stimme. Ich war ein bisschen krank. Darum auch am Samstag bzw. am Wochenende nix. Ich hoffe doch, dieses Wochenende kommt Outlast wieder. Und dann auch wieder regelmäßig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt eine schöne Woche noch. Und bis dann. Tschüss!